Norddeutscher Rundfunk 2021 Es fing ja alles damit an, dass ich mit meiner Frau Urlaub in Rom gemacht hab. Haben wir zuerst das Colossum besichtigt. Anschließend waren wir in der sexistischen Kapelle. Und dann sind wir am Trevierabrunnen. Ich nehm ein Geldstück, schmeiß das da rein und wünsch mir was. Meine Frau nimmt ein Geldstück, schmeißt das rein und fällt in der Brunnen. Ich denk, leck mich am Arsch, das funktioniert. Applaus War ich meine Frau los? Zurück in die Heimatkaserne hatten sie mich und noch zwei Kumpels als Kommandeursfahrer vorgeschlagen. Ich denk, nee, das willst du aber nicht machen. Mussten wir drei nach dem Stabsarzt. Der Erste geht rein, kommt wieder raus, seht, ich bin untauglich. Ich sag, wie hast du das denn gemacht? Er sagt, ich hab mir 1000 Euro in die Unterhose gesteckt, bin da rein gegangen, hat der Stabsarzt gesagt, Hose runter bücken. Jetzt hätte ich die Hose runter mich gebückt, der Arzt die 1000 Euro genommen, hat er gesagt, der Mann ist untauglich, der hat Hämorrhoiden. Ich denk, das machst du auch. Ich denk, 1000 Euro ist ein bisschen viel. Ich mir 500 Euro in die Unterhose getan, am Stabsarzt gegangen, sagte, Hose runter bücken. Ich die Hose runter mich gebückt, der die 500 Euro genommen, seht ihr, der Mann ist tauglich. Ich sag, aber wieso, ich hab doch Hämorrhoiden. Ihr seht aber zu wenig. Haben die mich direkt dann für zwei Monate auf eine Kommandeursfahrerslehrgang geschickt. Beim ersten Unterricht hat der Offizier unser Allgemeinwissen getestet. Wie der mit mir fertig war. Ich sagte, Sie müssen mit sechs Jahren ein Wunderkind gewesen sein. So wie so das denn. Ich sagte, Sie wussten damals schon so viel wie heute. Nach der ersten Fahrstunde, ich komm wieder in die Kasern, sagt mein Kumpel, na wie war das denn? Ich sagte, ich bin in eine Radarfalle reingefahren. Und seit er hat geblitzt, ich sagte, er hat gescheppert. Die zwei Monate waren fast vorbei. Ich habe mich meine neue Verlobte geschrieben. Lieber Peter, da ich in den zwei Monaten schon dreimal fremde Young bin, möchte ich hiermit unsere Verlobung lösen. Sende mir bitte mein Foto zurück. Ich war richtig traurig, richtig geknickt. Ich denke, was machst du jetzt? Habe ich mir von meinen Kumpels 25 Bilder von deren Freundinnen geben lassen und habe das Foto von meiner Freundin dazu getan, in den Briefumschlag rein und habe ihr geschrieben. Liebe Wendy, leider weiß ich nicht mehr, wie du aussiehst. Such dir bitte dein Foto raus und schick mir die anderen zurück. Applaus Wie ich mit der Ausbildung fertig war, musste ich mich dann morgen direkt im Offizierskasino melden. Wie ich da reinkomme, ist sich der Oberst mit dem General über die besten technischen Wunderdinge am Streiten. Das ist der Oberst für mich. Die besten technischen Wunderdinge sind heute die Navigationsgeräte. Die finden jede Gasse. Ach, das ist der General für mich. Das sind auch die besten technischen Wunderdinge, die heute in den Weltall fliegen, egal wohin. Aber seht ihr, fragen wir doch mal Ihren Fahrer. Seht ihr zu mir, was halten Sie für ein technisches Wunderding? Ich sag, meine Thermoskanne. Seht ihr, wieso? Ich sag, im Sommer kriege ich morgens meine Thermoskanne. Da kommt da eiskalte Tee rein. Mittags trinke ich aus der Thermoskanne eiskalt. Seit abends komme ich nach Hause, ist da noch so ein Schlückchen drin. Immer noch eiskalt. Ich sag, was hat er denn mit technischen Wunderdingen zu tun? Ich sag, woher weiß die Thermoskanne, wann Sommer oder Winter ist? Ich sag, der Oberst zu mir, der Werkstattleiter hat mir erzählt, sie brauchten drei Nummernschilder. Wieso das denn? Ich sag, eins für vorne, eins für hinten und eins für unten. Wofür ist das denn unten? Ich sag, wenn ich ihn überfahre, dann kann er sich die Nummer merken. Anschließend sind wir direkt losgefahren. Bin ich verkehrt rum auf die Autobahn. Der war Zeitung am Lesen, hat er ja nicht gemerkt. Auf einmal guckte er hoch. Ich sag, Herr Oberst, da wo Sie hinwollen, ist aber nichts los. Ich sag, wieso ist das? Die anderen kommen halt schon wieder zurück. Ein paar Tage später bin ich dann mit ihm im Bundesverteidigungsministerium. Wir waren gerade bei unserem Verteidigungsminister. Gegen das Telefon rief der holländische Verteidigungsminister an. Ich sag, ihr Deutschen lacht doch immer so über uns Holländer. Könnt ihr nicht mal irgendwas machen, damit wir Holländer über euch Deutsche lachen können? Seht unser Verteidigungsminister kein Problem. Am nächsten Tag ließ der in der Sahara eine riesengroße Brücke aufbauen. Ganz Holland hätte sich kaputt gelacht. Wir sind wieder bei dem Verteidigungsminister. Ging wieder das Telefon, rief der Holländer wieder an. Seht ihr, wir haben uns köstlich amüsiert. Ganz Holland hat über euch blöde Deutsche gelacht, dass ihr in der Sahara eine Brücke gebaut habt. Aber jetzt haben wir genug gelacht. Jetzt könnt ihr die Brücke wieder abbauen. Seht ihr, ihr geht nicht. Seht ihr, wieso? Seht ihr, die ganze Brücke steht voller Holländer, die versuchen zu angeln. Kurze Zeit später bin ich dann mit unserem Kommandeur in ein Manöver gefahren. Nach anderthalb Stunden geht uns die Maschinen kaputt. Seht ihr, der Oberste mir, ich nehme mir hier eine Pensionenzimmer, kaufen Sie eine neue Maschine und bauen Sie die ein. Aber seht ihr, denken Sie daran, kaufen Sie billigste, was Sie kriegen können. Die Bundeswehr hat kein Geld. Wie ich fertig war, habe ich den Oberste abgeholt, mit dem Auto gestiegen, sind wir losgefahren. Zwei Meter vor und einen Meter zurück. Zwei Meter vor und einen Meter zurück. Seht ihr, die Jod, was haben Sie denn gemacht? Ihr seid, billigste eingebaut, was ich kriegen kann. Seht ihr, was war das denn? Ich sagte, Scheibenwischer-Motor. Irgendwann sind wir dann doch im Manöver angekommen. Am nächsten Morgen hatten die mich in eine Klapsmühle eingeliefert. Seht ihr, Pichato, zu mir, wie sind Sie denn wahnsinnig geworden? Ich sagte, ich bin jetzt am Abend in die Manöverstadt gegangen. Habe ich dann eine Frau kennengelernt. Sind wir zu der nach Hause gegangen. Wollte mal so ein bisschen Jörf, Jörf, Jörf machen. Wir waren gerade am Knutschen. Auf einmal hören wir Geräusche an der Haustür. Seht ihr, mein Mann kommt, mein Mann kommt. Ich mich umgeguckt, kein Schrank im Zimmer. Fenster aufgemacht, rausgesprungen und am Fensterbrett festgehalten. Seht ihr, und da haben Sie so lange gehangen, da sind Sie dann wahnsinnig geworden. Ich sage, nicht da, oder nicht? Ich sage, da kommt der Mann rein, merkt sofort, was los ist. Geht an das Fenster und sieht mich da hängen. Geht wieder zurück ins Zimmer und holt so eine dicke Hammer. Kommt wieder an das Fenster und haut mir auf jeden Finger drauf. Seht ihr, von den Schmerzen sind Sie dann wahnsinnig. Seht ihr, da habe ich festgestellt, dass ich nur zehn Zentimeter von der Erde weg war. Seht ihr, da habe ich festgestellt, dass ich nur zehn Zentimeter von der Erde weg war. Wie auch das Los des Lebens sei, dank denen, die euch heiter machen. Nichts ist es Sünder nebenbei, als aber und so sich krank zu lachen. Hallo! Hallo!